hallo liebe freunde das sind wir wieder für euch mit einer neuen runde so die leute von dir denken man kann ja nicht immer gleich reagieren freunde ja wo waren wir stehen geblieben müssen das schlachten glaube ich so und wir brauchen ganz viel eisen 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 irgendwie kommt mir das so vor das ist so ein bisschen komisch warum wir hier auf einmal so viel eisen haben so was ist denn da ach hast du das jetzt zu breit gemacht hier oder was leute das ist also irgendwas stimmt hier tatsächlich nicht warum wir so viel jetzt haben hier kann das auch nicht nachvollziehen das werde ich jetzt gleich erstmal auf den prüfstand stellen das sind alles ersparnisse hier die wir noch haben und haben freunde wir haben offline gespielt ihr seht selbst wir haben ganz viel viele ressourcen und ich habe auch den bogen level 3 wir haben oben mittlerweile ich glaube zweimal upgrades jetzt oder zwei mal upgrades gemacht wunderbar hauwerk brauche ich noch leute ich will den turm weiter bauen aber mir fehlt dafür dieses scheiß tauwerk zeugs hier fünf dinge habe ich gerade mal davon natürlich wenig na ja wenigstens zwiebeln kartoffeln freundlich war fleißig die möwe afghan der zeit habe natürlich gesammelt und erst begeistert wie fleißig ich gesammelt habe freunde ist richtig begeistert wie fleißig gesammelt irgendwas stimmt da wieder hier ist alles gut so wie es ist ne freunde werde ich leider erstmal überprüfen hier ist alles mit rechten dingen das sind alles ersparnisse von unserem letzten winter leute so jetzt will ich erstmal hier in die sprengladung bauen die zahnräder habe ich vergessen so freunde nur für euch dass wir mal wieder eine kleine dethlef runde machen können hier ja wollen ich glaube schon ja freunde also was man euch auf jeden fall noch nahe bringen kann ist wenn ihr tollwut habt dann solltet ihr euch dringend schnell um heilung bemühen weil sonst geht die lebensenergie wieder zurück das hast du doch auch festgestellt gerade oder nicht ist das nicht niedlich freunde ist richtig wäre aber doch dennoch diesbezüglich zu argumentieren ich weiß nicht ob er das so macht ja aber als nächstes muss ich gleich erstmal eben was überprüfen gehen jetzt bauen wir die bombe leute wo ist was kann jetzt wieder hin die habe ich schon gebaut die bombe ja gut dann mache ich noch zwei granaten für die holzwände schießpulver alter haben wir noch schießpulver aber das ist aber eine menge das ist richtig ich habe nur noch zwei schießpulver ist doch kacke wieder hier wir müssen uns jetzt erstmal was er schießen was machst du den rüssel da so breit alter wollte ich nicht so fett und hier ist noch mehr fett alter das verbrennt die ganze zeit das ist ja schon ein bisschen haben er findet ihr nicht auch freuen wir haben auch sehr viel kupfer was das schon mal gemerkt wir brauchen weniger kupfer im spiel deswegen kriegen wir so viel alter deswegen habe ich ja deswegen habe ich auch die öfen hier schon beide auf eisen gestellt weil das brauchen wir am meisten strom ist leer alter hast das verbraucht ich habe gerade allerdings hier gebaut eine sprengfalle wenn der sprengsatz meine ach so deswegen war es so teurer haben eine granate gebaut naja besser als nichts fragen der sitz selbst was machst du ich habe gar nichts gemacht 50 masse brauche ich oder ist das teuer bist du das am schießen da oder was ist ein deadlift vor der tür schießt einer auf unsere tür glaube ich oder mal das kann nicht sein ich hieß mal aus dem fenster hier wo ist der hund das fett gelaufen das gibt rache komm her die schwein ja wollen wir hände die plündern jetzt eben oder was kann er ist schon tot er ist schon down ok hast du alles ich habe eine granate ich komme alter muss auf den kopf schießen ja ich habe nur 39 prozent energie ich muss erst mal weg hier ich sehe keinen hinter dessen kommt der bestimmt vom haus aus geschossen wir müssen erst mal unsere tür zu machen ach hast du zugemacht sehr gut ich bin schon mal angreifen doch hast du den rucksack von dem deadlift eingesammelt ja nö wo ist denn der tot gegangen warum hat er keinen rucksack dabei oder was auch doch da liegt er was ist das denn warum liegt der so weit weg das ist ein waffenteil das hat ja gelohnt aber da wurde da waren ja noch eben welche nach dem noch auf die geschossen oder so wollte ich muss erst mal eben schnell verbände noch mal machen jetzt habe ich gleich ein probleme stimmt jetzt wird es das ne ich habe welche oder es einer man trifft einfach neben dieser scheiß pistole man halt aber steht das heißt blutung war klar aua kopfschuss da kommt auch noch ein bär da kommt ein bär alter pass auf ja warte mal gleich mal pulverisieren den hund hast du den deadlift jetzt gekillt oder nee der ist tot ja der eine ich habe nur ein windrad haben die auch schon gebaut die bauen schon die dritte etage ich habe nur 60 energie machen du musst mal gucken da liegt eine premium kiste vorm haus wo denn ach so ja klar ja schon klar ist das denken sind sie jetzt alle tot oder nicht müssen wir eigentlich mal abbauen die kiste dann wie viel haben wir ja jetzt gekillt zwei glaube ich aber es sind doch immer drei oder nicht oder vier und da ist dann nix oh man verzieht immer so warte warte Hast du noch bei den Deadlamps oder was? Oh nein, ey! Mann, 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 ey! Kacke! Was ist denn? Ah, fuck! Lass mich geraten, dich hat's erwischt, ne, oder? Ja. Oh nein, ey! Das ist doch Ätzen jetzt, ey! Naja, egal. So lange drauf hingearbeitet, 100% Energie. Schon so lange nicht gestorben, aber ich wollte mich mal wieder rasieren. Liebe Leute, du musst mir eben kurz helfen. Du musst mitkommen, sonst kommen ja meine Sachen hier nicht ran. Ja, du hattest ja schon 100, ne? Ja. Ja, das ist hier. So ein Mist, ey. So ein Bastard, ey. Beruhigen Sie sich, wir müssen werbefreundlich bleiben. Ja. Auch wenn es hier mehr fällt, ne? Ey, die Kisten sind schon wieder alle voll, ne? Das ist ja Hammer hier, ey. Die sind alle voll. Okay. Mann, der Hammer kommt da mal raus, so. Mann, auch warum wieder, weil die Waffe nicht nachgeladen war, ey. Und auch mal raus. Ach, das ist doch echt. Der Hammer. Ja, das kenne ich, nutze gut. Meine, meine, meine Tasche ist wieder voll. Ich hab schon wieder so viel Scheiß hier. Mann. Äh, wie viel leben denn noch? Weißt du das? Ich glaub, die sind alle wieder da. Ach komm, jetzt erzähl doch nicht. Nee. Was wollt ich denn bauen? Sag mal. Ach so, warte, ich hab ja noch was im Ofen, ne? Boah, Stress hier, Mann. Ich komme. Meine Pistole ist auch schon wieder fast kaputt hier, also sowas dämliches. Oh, nein, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Was ist denn? Manometer, ey. Warte doch eben mal ne Sekunde, Mann, Alter. Ich brauch Zeit. Ich hab direkt, direkt davor gestanden, hab ihn direkt. Oh, nee. Nee. Du bist nicht schon wieder tot, ne? Nee. Boah, die bauen da oben schon ne zweite, dritte Etage, ne dritte ist das sogar schon mit Glas und so. Doch, ich bin schon wieder tot. Zweimal hintereinander, ey, echt. So ein Rotz, ey. Warte, da ist der, der gleich sehen. Einmal nicht aufgepasst, ich wollte ihn direkt. Ich hab ihm einen Kopfschuss gegeben. Wo bist du denn jetzt? Ah, ich bin jetzt hier hinten. Komm von hinten. Du musst den zweiten auch mal eben platt machen. Oh, nee, ey, das ärgert mich hier, ey. Ja, der schießt auf mich. Ich hab wieder ne Blutung. Wo bist du denn, Mann? Da oben, du Arsch. Ja, komm jetzt, ich bin jetzt hier hinter dem Haus. Hey, du doch nicht, ich mein, der Detler. Ich werd grad beschossen, deswegen. Auf dem Balkon ist der, der schießt wieder runter, der Blutmann. Ja, wir haben ihn. War noch irgendwo einer? Ich hab keine Ahnung. Hier, ich hab Munition für dich gefunden. Da, Schrot. Boah, der. Wasser muss ich trinken. Okay, du musst die Bombe legen, ne? Ja, mach ich. Achtung. Super. Oh nein, ich bin schon wieder tot, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Alter Schwede, wie viel sind denn da jetzt, ey? Hahaha. Mann, ey, das ist doch gemein, ey. So ein Mist, ey. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Bei Tiger Nummer drei oder vier oder was, ey? Nee, ey, ey. Ohhhhhhh. Oh man, ey, das ist so ätzend. Die schießen von oben immer runter, die Penner. Oh, das ist doch jetzt echt ein bisschen dreckig, ey. Dreimal hintereinander gestorben. Also, das hab ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt, ey. Eigentlich immer so gut gewesen, die ganze letzte Zeit, ey. Oh, Mann. Wo bin ich denn hier überhaupt, ey? Ach, hier. Gut. Oh Mann, ich hab gleich vier Dinger tot gehauen, da. Das sind so viele Leute hier. Fünf, sechs, da sind noch mehr. Was? Ich glaub, ich hab sechs Deadlefs jetzt tot gemacht, du. Das gibt's doch nicht. Wie viel sind denn da noch? Oh, die Kiste ist voll mit Funkgeräten und alles. Da kommt noch ein Deadlef. Jawoll, Kopfschuss. Oh nein, 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 nein. Oh, oh. Alter, du fragst dich. Ich bin gleich schon wieder tot. Mach keinen Scheiß, Alter, ich loote schon, hier ist, ich glaub, ich bin alle tot gemacht. Ich bin schon wieder tot Ich bin da nackt rumgelaufen Und er kam von hinten Das gibt's doch alles gar nicht Ja, zu zweit Das läuft ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ich glaub das sind Über 10 Deadlabs hier Ohne Scheiß, das sieht ja aus Guck dir das an Leute, ihr seht's selbst Okay, jetzt geht das Sammeln los Nein, da ist ja noch die eine Tür Die muss man ja auch Das gibt's doch nicht, das werden ja immer mehr Ich hab jetzt schon 10 Waffenteile, Leute Ihr seht's selbst Ich kann nicht mehr schleppen, wo bist du? Ich brauch dich Ja, ich versuche hier Du musst aufpassen Du musst das jetzt bewachen, dass da keine neuen kommen So ein Mist Jetzt darf ich auch noch so weit laufen Das ist doch echt unfassbar Was war das denn für ein Quatsch wieder, Alter Was soll sowas? Ich glaub wir müssen die jetzt tatsächlich bald mal ausstellen Ey, oh, die haben so richtig viel Essen hier Ey, ich hab die Granate gerade vor die Tür gelegt, ne? Mach mal Bilder gleich Ich hab die Granate vor die Tür gelegt, ne? Ja Die ist instant mit mir zusammen explodiert Ich weiß nicht, das muss ein Bug gewesen sein, Leute Ihr habt's gesehen Du bist auch explodiert, oder was? Ja, ich hab nur noch 20 Energie Ich leb aber noch Aber was soll sowas? Mal ehrlich, was soll sowas, Leute? Noch mehr Benzin Oh, ich kann nicht mehr tragen, Möwe Wo bist du? Ich geh jetzt erstmal nach Hause Ja Ich glaub ich geh erstmal nach Hause Nein, nein, nein Das kannst du nicht machen, ey Ich hab gar keine Ausrüstung und nix Kannst du da jetzt nicht einfach abhauen Du musst mir Deckung geben gleich Hier ist doch niemand, Mann Ich hab schon alle tot gemacht Ja, aber du weißt ja selber, wie schnell die auf einmal respawn Oh, die bauen hier oben Betten auf, du Richtig geiles Lage, Alter Oh, ich bin jetzt da Ja, hier liegen überall Kisten Ich kann das nicht mehr sammeln Ich muss schnell Hier liegen einfach überall Kisten Die musst du alle einsammeln Hier, guck mal Kupfererz Fasern Oh, was? Liegt da Fasern? Ja, ich musste echt wegbringen, den Scheiß Ja, warte, du musst du eben Hier draußen liegen die Kisten Du musst da gucken Da liegen überall welche Wenn die jetzt kommen Hier drin war nix mehr Och, da ist auch noch was Du musst gucken Da ist ja noch eine Tür Ja, zwei noch, Mann Aber ich bin mit in die Luft geflogen Deswegen haue ich jetzt bei ihm ab Ich muss leer machen, hier Und dann baue ich vielleicht noch eine zweite Granate Sag mir mal alles ein, was da liegt Überall Ja Wo ist Hier wird da schon wieder irgendwo geschnitten Mann, seh doch zu mit der Scheißnadelade Ach, das ist doch Dreck hier, ehrlich Die haben ganz viel Essen im Kühlschrank gehabt, Leute Ihr seht selbst Ich bin voll überfordert im Moment hier Noch mehr Metalle Noch mehr Metalle Glasscheiben habe ich gefunden Zwölfmal Waffenteile Zweimal Premium Pfeile dabei sogar Ein blödes Funkgerät Das kommt auch weg Das kommt weg Das kommt weg Fischöl habe ich gefunden Sehr gut, wie viel? Fischöl? Äh, wir haben jetzt fünf Flaschen Ach, nur Scheiben habe ich gefunden Also Glasdinger hier So, Taschen leer machen Und dann wieder zu dir kommen Das kommt weg Das kommt weg So, Platz machen hier Für den ganzen Scheiß Sticks machen So, Munition habe ich Ja Schnell weg Eine Granate nochmal eben bauen Warte Granate Oh, da bräuchte ich den Scheiß Prüfer schon wieder, Mann Metall Die beiden Dinger Antistrikes Prüfer Boah Pass auf, wir kommen da wieder Wir müssen das beeilen, ne? Ich habe wieder eine Solarzelle gefunden Ja, geil Geil, 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 geil Die Tür unten habe ich schon angesprengt Hast du gesehen? Da, ich glaube, du musst mir jetzt auch helfen Ich glaube, hier ist einer irgendwo Ich weiß nicht, ob ich das sicher hier raus schaffe Ja, geht ja nicht Ich bin ja auch nicht da Und ihr seht selber Ich bin da auch nicht da Oh, da schießt ja einer auf mich Ihr seht es selbst Ihr seht es selbst Ihr seht es, ihr seht es selbst Scheiße, ich blute, ey Meine Gute, nein Oh Komm doch endlich nach Hause, Mann Ey, du bist ja immer noch da Oh, ei, 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 ei Ich konnte ihn doch gar nicht sehen, ey Ich wollte mir mal eben schnell den Verband anlegen Da kommt er und schießt mich vorhin, ey Aber wir müssen da gleich unbedingt nochmal hin, ey Das nix alles nix Ja, ich baue gerade eine Granate Oh Oh, wir werden angegriffen, Mann Was für ein Stress, ey Ich meine Gute, ey Scheiße, Mann Und diese scheiß Beete immer hier Den ganzen Mist hier, ey Das kommt ja auch anders Ich habe keine Samen mehr, nö Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg Witzig Aber eine Solarzelle ist natürlich echt genial, ey Wir wollten doch sowieso eine bauen Ja, hast du hergeholt die Solarzellen, oder was? Ja, ja Gott sei Dank, ey Ich bin nicht nochmal gestorben jetzt, derwegen Aber meine Weste, ey Ich brauche meine Weste Die muss ich reparieren, ey Kack Ja gut, die kann ich reparieren Alles gut Das geht hier mal kaputt, der ganze Scheiß hier, ne Okay, dann brauche ich Okay, dann brauche ich Puh Das war aber jetzt echt ein bisschen heftig, ey Ja, was soll ich dazu sagen, ne Also eine Granate habe ich Können wir die Tür nämlich gleich schneller weg sprengen, ne Ich glaube, ich kann sogar noch eine zweite bauen Ja, viel Masse wieder, Mann So Dann muss ich auch gleich mal ein bisschen konzentrieren, hier, ey Gibt es da alles gar nicht, ey So, und dann Meine Pistole ist schon fast kaputt gewesen, Alter Ehrlich Wie die einen so beschädigen können, ne Ja So, Pulli repariert Feder und zurückpacken Die Waffe repariert Der hat den Bogen, den kann ich noch kaputt lassen So Eine Granate habe ich für die untere Tür, hast du kaputt gemacht gehabt, ne Ja Ja, wenn die jetzt noch kaputt Wenn, wenn das jetzt noch, äh, so Stand ist, ne Ja, aber du hast ja komplett gelodet die Kiste noch, ne Oder nicht Nö Ja, siehst du wohl, sonst ist alles gut Ja, eine, aber da war bestimmt ja noch eine Weil so viel Da oben ist noch eine, die machen wir jetzt gleich kaputt, ja Aber wichtig ist nur, dass du unten den Raum leer gemacht hast Aber das habe ich Ja, aber möchtest du es sagen, oder was? Ja, liebe Frau Ihr habt gesehen, das war ein bisschen actionreich hier Äh, ja Man sollte die Waffen immer nachladen Achso, ich habe übrigens noch hier Schuss für deine normale Knitze hier, ne Hm Ja, die Öfen sind auch alle leer, ey Nur verwirrt Das sah so gut aus Und jetzt bist du bei 97 Und ich war bei 100, ey Es geht schnell, ne Naja, egal Ist manchmal so, ne Aber das kennst du ja auch Da warst du auch schon bei 103, oder so Ja Das geht manchmal ratzifatzi Eine kleine Unachtsamkeit Achso, die Waffenteile kann ich auch wegpacken Jetzt haben wir schon wieder 13 Waffenteile hier rumfliegen, ne Aber das ist natürlich echt schon genial So Das haben wir, das haben wir Hier Eine neue Olle Flasche Auch so die ganzen Öfen hier gehen auch schon wieder aus, ey Ja, ja Den ganzen Stress hier Ja, ja Hast du nur irgendwie was zum Brennen hier? Holz irgendwie Äh, Holz oder was? Ich weiß Ich kann nur Holz reinschmeißen Aber du musst hier, äh Anzünder haben wir keine mehr drin Anzünder, Benzin haben wir genug Können wir irgendwelche bauen Moment Anzünder Achso, ne, mir fehlen die Büschel, Alter Hast du noch Büschel? Ich kann die keine Anzünder machen sonst Oh, ich mach sonst eben Anzünder, warte Ja, dann mach du die sonst Äh, ich hab keine Stöcke Ich hab 20 Stöcke Soll ich dir irgendwelche gehen? Hier So unfassbar, ey Irgendwas ist da immer, ne, oder? Also echt, ey Freunde Warten wir Premium-Pfeile, die muss ich gleich mal laden Ja, hast du Schüss gesagt, oder was? Dann machen wir gleich sonst, ne? Ja, hab ich doch Achso, dann bis morgen, Freunde Oh no Genau Okay and